Der Klebe-Effekt Die Energieübertragungen Die Facebook-Gruppe Webinar Energiedrehung, Planetenkonstellation, neue Erde, neues Leben Kurzes gemeinsames Hineinfühlen Heftige Tage, heftige Kliententermine Beschleunigung jetzt extrem Überprüfung von Führungen, Massenhypnose kommt ans Tageslicht Ja, ich bin Sissi Göttling und begleite Menschen schon seit sehr vielen Jahren ihre Ursachen, Blockaden, Ängste aufzulösen damit sie ein selbstbestimmtes, freies, unabhängiges, selbstständiges Leben führen können so wie sie es sich wünschen und so wie es auch am Seelenplan vorgesehen ist und auch ihre Seelenaufgabe zu leben Ich habe eine Facebook-Gruppe mit Magisch Mächtig Mutig Der Weg zu dir selbst Seit vielen Jahren begleite ich Menschen mit diesen Sätzen Also mit dieser Positionierung nennt man das in Online-Business Authentisch zu leben, selbstbestimmt Frei, unabhängig, selbstständig Und ich meine hier nicht unbedingt die Selbstständigkeit sondern wirklich auf eigenen Beinen zu stehen sein Leben selbst führen zu können aus sich heraus alles zu erschaffen wahrnehmen zu können empfangen zu können und egal was im Außen passiert oder auch ob wer verlassen wird oder jemand stirbt und man plötzlich alleine da steht trotzdem stabil bleiben zu können und sein Leben auch ohne den anderen oder jemand anderen etwas anderes oder was auch immer führen zu können Das war immer wichtig Aber wird jetzt immer wichtiger werden Und da bekommen wir jetzt eine neue Planetenkonstellation eine Energieveränderung Ich nenne es immer Energiedrehung und zusätzlich eine massive Beschleunigung genau auf diese Themen Jetzt habe ich gesagt das ist genau meine Energie weil ich lebe ja schon seit dem Jahr 2000 mein Leben selbstbestimmt selbstständig unabhängig auch mutig und risikobereit Ich gehe meinen Weg und genau die die das machen haben es auch nicht immer einfach und gerne auch kommen da Prüfungen am Weg Hält man auch wirklich stand? Geht man wirklich seinen Weg weiter oder kippt man wieder lässt sich manipulieren lässt sich beeinflussen richtet sich mehr nach anderen richtet sich mehr nach dem Außen vergleicht sich mit anderen immer wieder wird man hier auch geprüft oder getestet so kommen auch in der letzten Zeit auf solche man nennt das Lichtarbeiter genauso Herausforderungen und diese Herausforderungen machen uns aber nur noch stärker und stabiler noch mehr verwurzelt dann zu sein noch mehr im Urvertrauen all das was ich jetzt vorher gesagt habe wirst du jetzt in dieser Botschaft von mir hören beginnen wir wo ich gesagt habe Energieübertragungen heute habe ich Energieübertragung gemacht heute ist der Neumond und alle die dabei waren wollte ich folgendes ausrichten die Energien waren sehr stark ich bekam einen Kopfdruck kurz Herzklopfen kurz habe ich im Magen gespürt immer wenn das so ist dann wird sehr sehr viel aufgelöst für uns und getan ich habe vieles ablösen dürfen und können und wir werden neu programmiert aktiviert das meiste wird davon heute in der Nacht stattfinden Initiationen Lichtcodes wurden down gelodet viele alte Muster aufgelöst manche werden morgen wie neu erwachen und einen Schub an Energie bekommen andere brauchen vielleicht noch ein paar Tage jeder ist ja individuell jeder ist einzigartig und anders und je nachdem auch wo jeder steht und was gerade bei jedem jetzt an diesem Wochenende los ist gehen wir weiter facebook gruppe magisch mächtig mutig da bin ich heute in der früh schon live gegangen warum warum habe ich das gemacht das war um auszutesten wie das geht oder ist über zoom live auf facebook zu gehen dadurch haben die schon das erhalten es kann natürlich sich ein wenig unterscheiden von dem was ich jetzt sage denn ich spreche immer vollkommen frei ich bereite mir nichts vor ich bekomme einen impuls dann setze ich mich hin dann nehme ich auf diese impulse hatte ich ganz oft in den letzten wochen doch seit jahresbeginn ist ein ansturm an kundenterminen und ja darunter hat dann gelitten dass ich aufnahmen machen konnte denn auch ich brauche meinen schlaf und ich lege dann keine nachtschichten noch zusätzlich ein denn es ist auch wichtig dass ich zur ruhe komme aber jetzt habe ich es ja geschafft morgen dann am abend geht dann das webinar hinaus da komme ich jetzt schon zum nächsten punkt das webinar wird sein am montag den 30 ich ich muss jetzt nochmal schauen das Montag der 30 jänner geht dann morgen über meinen newsletter hinaus es ist ein thema das für 2023 auch sehr wichtig ist das ist das liebe geld und es geht hier nicht nur um die geld scheine sondern es geht um diese energie und diese energie ist bei den meisten sehr blockiert und sehr verstrickt und es wird aber wichtig sein dass diese energie frei fließen kann geld geld göttliche energie liebt dich das heißt das wird in den fluss gebracht entbunden jetzt komme ich gleich zu einem nächsten wort entklebt geld thema hängt auch mit anderen themen zusammen zusammen und zwar auch mit schuld und scham energie und jetzt auch ganz stark aber schon seit ein zwei wochen sind schuld und scham themen die angetriggert werden das spiegelt dir ja dein konto dann hast du schulden oder nicht dann deine gesamt energie das siehst du auch am konto wenn du im minus bist ist auch deine gesamt energie im minus ist es auf null dann bist du halt in der mitte dann geht es gerade so mit der gesamt energie oder im plus und je nachdem wie es da ausschaut dann hängt das zusammen mit der männlichen energie der aktiven energie auch im leben ins tun zu kommen auch mit der vater energie vater themen mit selbst ausdruck unter kommunikation und wir werden sehr geschult werden heuer in der kommunikation und auch das hat schon begonnen also du siehst schon wie weitreichend das thema geld ist und auch gehen wir auf die gaben und die berufung und das hängt ja auch mit der fülle zusammen und fülle ist für die meisten menschen halt auch das geld und wenn man die seelenaufgabe lebt dann fühlt man sich erfüllt und kann auch die fülle durch das resonanz gesetz im außen anziehen heißt aber nicht dass wenn du die seelenaufgabe lebst nicht auch herausforderungen blockaden oder hürden zu beginn hast darum ist es ja so wichtig und das ist stark angestiegen also ich heuer habe ich und das Jahr ist noch sehr jung schon ganz viele Menschen ausbilden dürfen also das wollen jetzt auch immer mehr sich selbst helfen zu können ihren Kindern oder vielleicht auch das zu ihrer Berufung zu machen und bei den Ausbildungen gehe ich ja auch einen ganz einzigartigen Weg wenn wir mit der Ausbildung beginnen wird zuerst alle Blockaden die verhindern würden oder die herausfordernd wären diese Ausbildung auch wirklich auszuüben und sofort durchführen zu können gelöst also da schaue ich mir auch die Vorleben und alles an es ist ganz wichtig nicht nur sich ausbilden zu lassen sondern dass hier auch geschaut wird bist du hier irgendwo verstrickt oder verschlossen ist hier etwas versiegelt wie auch immer wir das nennen wollen oder kannst du eh gleich losstarten mit dem was du lernst dann gebe ich ja schnelle intensive Ausbildungen denn erstens mag ich das so ich mag ich habe selber auch keine jahrelangen oder monatelangen gemacht das ist nicht meine energie ich bin immer sehr sehr schnell unterwegs und bei mir muss wenn ich beginne will ich immer schon fertig sein also eine Ausbildung ist in ein paar Stunden möglich und in der neuen Zeit ist das sowieso so da gibt es keine langen Ausbildungen mehr da muss man nicht Monate oder Jahre sitzen Prüfungen ablegen oder sonstiges sondern es sind gerade paar Stunden und schon kannst du los legen da sind wir zwar noch ein wenig weit entfernt aber ich biete immer das schon so an warum weil erstens ist es deine Lebenszeit und wir haben nicht mehr so viel Zeit dass wir loslegen dass wir ins tun kommen denn was kommt als nächstes wir haben genau an diesem Wochenende jetzt heute ist Neumond der 21.1 wir haben eine Energiedrehung so nenne ich das wir kriegen eine neue Planeten Konstellation und es ist ganz viel neue Energie hereingeflossen vielleicht hast du es in den letzten Tagen schon gespürt und das Ganze zusammenbaut sich jetzt auf wir kriegen eine riesige massive Beschleunigung das heißt alles wird schneller noch schneller und die Menschen werden vielleicht sogar täglich in Demen getriggert werden das kann sein irgendetwas ist bei dir und während das noch ist kommt schon das nächste und schon das nächste und du willst was erledigen und es kommt das nächste und du weißt gar nicht mehr wo fange ich an wo hört das Ganze auf ja auch mir geht es so und zwar durch die vielen Kliententermine ja hat sich das nicht alles so durchführen lassen wie geplant eben mit Videos aufnehmen meinen Mitgliederkanal endlich zu starten das Webinar rauszugeben all das was ich den Online Kurs endlich zu starten der ja sehr wichtig ist ja weil das ist extrem in der Energie für 2023 ja und so was ist einem da wichtiger natürlich gehen bei mir Klienten Klientinnen vor also die Kundentermine sind immer was jetzt meine Arbeit betrifft an erster Stelle und vielleicht hast du da auch in gewissen Bereichen wo du eben deinen Plan wegwerfen konntest oder du hast dir was ausgemacht und es kam ganz anders aber das wird alles jetzt noch intensiver dadurch ist es wichtig und ich bemühe mich da auch sehr also ich schaffe es eh meistens dass man auch Zeit für sich hat dass man Ruhe hat und auch Schlaf hat ich weiß viele haben Schlaf Störungen man hat mal mehr Energie mal weniger es ist sehr schwankend das ganze geht so in Wellen oder in Schüben sage ich auch immer mal schläft man mehr mal weniger man wacht mal dauernd auf mal gar nicht also das schwankt ständig hin und her warum weil der Körper sich immer wieder neu an diese Energien anpassen muss und der tut sich dann nicht immer leicht damit und das kann einem schon den Schlaf kosten immer wieder Energie die zu uns kommt das wird immer stärker wenn es vorher ein dünner Lichtstrahl war dann ist es jetzt ein ganz großer dicker Lichtstrahl und der Körper nimmt das genauso auf und ich könnte es so beschreiben wie wenn er sich da ausbändeln einbändeln möchte ich habe das zum Beispiel manchmal vielleicht hast du das gesehen manchmal sitze ich ganz ruhig bei Webinaren zum Beispiel das sieht man mich ja und wackel hin und her links rechts vor zurück das ist immer pendel möchte sich der Körper in die Energie ja ich kann es nicht anders benennen wie ein pendeln ausgleichen oder einschwingen könnte man auch noch sagen so kann es sein dass du auch unruhig bist genervt die Energien gehen sehr auf das Nerven System auf die Hormone Frauen könnten plötzlich die Menstruation bekommen obwohl es noch gar nicht anstehen würde und dann bleibt sie wieder aus also wie gesagt der Körper muss sich da erst anpassen und hat auch Anpassungsschwierigkeiten er schafft das schon aber er braucht viel länger als dein Geist oder deine unsichtbaren Körper der unsichtbare Körper der am meisten angetriggert wird ist der Emotionalkörper Gefühlskörper ja so gibt es halt nun mal diese Lichtkörpersymptome die haben wir alle und fährt vielleicht plötzlich ein Schmerz in den unteren Rücken oder dann haben wir Hüftbereich Nacken Schulter Bereich wenn da viel dir noch auf den Schultern lastet oder du im Nacken trägst das spüren wir dann alles mal ist es leichter mal ist es wieder schmerzhafter trotzdem sind jetzt seit diesem Jahr heuer bei den Aufarbeitungen mit Klienten es zusätzlich jetzt zu tun in den Synapsen im Gehirn zu arbeiten negative Realitätsströme zu entbinden und den Körper auch hier zu helfen also man kann so sagen energetische Operationen wenn man das gibt ja dieses Wort habe ich sehr viel jetzt im Gehirn auch bei den Menschen gemacht und im Schmerzkörper das kann ich dir so erklären wenn ein Mensch ständig das gleiche erlebt oder viele Jahre oder Monate einen Schmerz hatte dann wird das wie abgespeichert das heißt er empfindet den Schmerz obwohl er schon geheilt ist also ich sehe das so dass das auch mit dem Gehirn und dem Schmerzkörper zusammenhängt so man kann sich das wieder so vorstellen dass der Mensch der ständig Schmerzen hatte richtig wartet jeden Tag wo sind denn jetzt die Schmerzen spüre ich sie schon spüre ich sie nein ich spüre sie nicht ah da sind sie ja wieder ach sie sind ja doch noch nicht weg also so ähnlich kann man sich das halt vorstellen so wie auch wenn jemand ein Bein abgenommen wird dieser Phantomschmerz das Bein ist gar nicht mehr da und man spürt das Bein so ist das auch bei den Blockaden die jetzt aufgelöst werden dürfen sind sehr alte Blockaden sehr alte ja reicht bis in die Ahnenfamilie zurück und ist auch von wenn man es jetzt übers Füllen nimmt eine sehr kalte Blockade eiskalt und starr und 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 fest und die haben sich ja wie wenn sich da eigene Synapsen oder Gehirnstränge da im Gehirn gekoppelt haben im Schmerzkörper und da ist das auf der geistigen Ebene seelenebene gelöst aber der Körper und das Gehirn spielen da nicht noch mit und gaukeln uns das noch immer vor also sehr stark eben jetzt auch körperlich mit aufzulösen bei den Kliententerminen ja Planetenkonstellation Energiedrehung wir die Planetenkonstellation ist so dass erstens alles vorläufig wird also das ist ein Megaschub alle Planeten vorläufig oder ja ich glaube so nennt man das bin kein Astrologin ich habe es mir nur ein wenig erklären lassen und dann geht der Pluto glaube ich hat sie gesagt in den Wassermann Wassermann ist auch mein Aszendent und das ist Freiheit ja das ist also ich bin zum Beispiel ein Mensch der muss frei sein ja mich bekommt man nicht dingfest zu machen oder das geht nicht ja also bei mir funktioniert so etwas nicht ist es für mich ist es ganz wichtig dass ich eben mein Ding durchziehe hier auf der Erde natürlich sind wir alle nicht ganz unabhängig ja ich muss auch meine Steuern zahlen muss auch bei der roten Ampel stehen bleiben aber dieses Gefühl der Freiheit ja frei zu sein so den Tag selber einzuteilen doch das meiste zu tun so wie ich es möchte so könnte ich das beschreiben und da geht jetzt die Energie hinein in diesen Wassermann in diese Energie der Freiheit und dann glaube ich so Mitte des Jahres kurz wieder hinaus und dann wieder irgendwann hinein aber diese Energie das kann ich sagen bleibt dann bis 2044 20 Jahre auch durchgehend ja also dazwischen wechselt das immer ein bisschen aber so durchgehend 20 Jahre diese Energie und das ist eben ja worin ich Menschen immer begleite eben dieses selbstbestimmte das authentische selbstständige freie unabhängige Leben zu führen deine eigene Wahrheit ja zu leben deine Bedürfnisse zu leben und liebevoll Grenzen ziehen zu können vom Du ins Ich zu kommen du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und dann kommt alles andere weil wenn es dir nicht gut geht ja dann kannst du anderen nicht helfen oder dann gibst du noch mehr Energie ins Außen wenn du niedrig schwingst ja dann gibst du niedrig schwingende Energie weiter und dann wirkst du oder tust du deine Dinge oder manifestierst und wünschst dir das alles aus niedrig schwingender Energie und durch das Resonanz Gesetz kann nur niedrig schwingendes dann entstehen niedrig schwingendes zurückkommen also es geht um dich als allererster geht es um dich um dein Gesamtenergiefeld wie schaut es da aus bist du niedrig schwingend oder hoch schwingend hochschwingend ist zum Beispiel Freude das was ich jetzt gerade tue das macht mir Freude das begeistert mich und so geht es eben 2023 auch sehr um die Berufung macht es dir Freude da wo du genau jetzt arbeitest und ich komme jetzt dann gleich mit dir auch gemeinsam ins Fühlen von dem Ganzen für ein paar Minuten da wirst du für dich dann die Antworten bekommen ja dann diese ganzen Angst Muster werden angetriggert also dieser Strahl dieser dicke Licht Strahl der da auf die Erde kommt wir leben alle auf der Erde dem kommt kein Mensch aus ja das nimmt auch Mutter Erde auf und jeder einzelne Mensch und es geht darum wenn diese Energie auf zum Beispiel den Emotionalkörper trifft dann wird das verstärkt was im Emotionalkörper getragen wird alles wird verstärkt wenn du Freude hast wird die Freude verstärkt wenn du Angst hast wird die Angst verstärkt wenn du im Mangel bist wird der Mangel verstärkt wenn du Gelübde oder Versiegelungen oder Scham Schuldmuster trägst Eifersucht trägst Neid trägst Ärger Zorn und so weiter dann wird das verstärkt das heißt wer hier nicht auflöst für den wird sehr unangenehm und das kann täglich dann sein weil die Energie beschleunigt die Energie wird stärker die Energie drückt intensiver das heißt manche Menschen werden richtig überschwemmt ja und ich habe es bei den Klienten erlebt ja ich hatte am Freitag gebe nur ein Beispiel zwei Termine die eine Klientin hat aufgelöst und bekam einen Megaschub über Nacht in die Freude und hat auch gesagt sie hätte tanzen können plötzlich war sie voll Energie die andere der habe ich Karten gelegt das heißt wir haben nicht aufgelöst das wollte sie nicht sie wollte rein was alles im Kartenblatt ersichtlich ist und gechendelt und da habe ich ihr schon bestimmte Dinge gesagt es wäre wichtig das aufzulösen am nächsten Tag in der Früh hat auch die mir geschrieben dass über Nacht plötzlich diese ganze Wut hochgekocht ist also die ist in die Wut gekippt ist richtig überschwemmt worden mit der Wut die da gebunkert ist in ihrem Emotionalkörper das heißt für jeden ist die Energie da es ist nur die Frage was wird ausgelöst und es wird wenn ein Mensch jetzt niedrig schwingt und sagen wir das Nervensystem ist schon überlastet und er ist schon sehr müde und sehr ärgerlich und wütend und zornig dann verstärkt sich das der wird nicht in die Freude gehoben ja es geht nicht weil wir haben den freien Willen und es wird immer das ausgeführt was eben in uns ist oder das angetrickert was in uns ist da wird nicht Liebe reingeschüttet und plötzlich schwebt der oder die in Liebe und Freude und alles ist super über Nacht sondern die Schwingung wird verstärkt in der der Mensch ist und das hat jeder von uns da gibt es keine Ausnahme daher kann ein Mensch total auszucken wütend und aggressiv werden und der andere schaut den an und sagt ich weiß nicht was du hast mir geht es heute super ich könnte tanzen ich habe Freude ich fühle richtig die Freude dann sagt der andere wieso hast du was geschenkt bekommen oder neuen Partner oder hast du im Lotto gewonnen was ist mit dir los nein einfach so weil um das geht es dass die Freude das Gefühl der Freude das Gefühl des Friedens das Gefühl der Liebe einfach da ist ohne irgendetwas im Außen jetzt erlebt zu haben geschenkt oder bekommen zu haben und der andere ist meint ich bin grundlos wütend geworden einfach war ich jetzt wütend nein grundlos nicht nur auch da muss nichts im Außen geschehen sein oder dass jemand anderer den wütend gemacht hat sondern es hoch geschossen wie bei einem Vulkan ja und diese neue Erde da habe ich so diese Bilder bekommen dass ja wie Mutter Erde so man könnte es ausdrücken wie schwanger schwanger ist das ist in der Erde eine Lichtkugel die immer mehr heranwächst die immer mehr Energie bekommt die sich immer mehr ausbildet ja wirklich wie bei einer Frau die eben ein Kind bekommt und das im Bauch im Schutz der Mutter heranwächst so dass es in Ruhe alles ausbilden kann alle Gliedmaßen und so weiter gut genährt wird und dann wenn es soweit ist schlüpft das Kind durch den engen Geburtskanal und kommt auf die Welt und so habe ich das wahrgenommen mit dieser neuen Mutter Erde wir sprechen ja das immer so aus dass diese neue Energie im Schutze der Mutter Erde heranwächst und immer größer und größer wird dann schon größer also über die Erde oder alte Erde nennen wir es so hinaus geht also es wird wie eine große Kugel und während die bei der bei der Erdoberfläche dann durchkommt sind manche Menschen mit aufgestiegen also wie wenn diese Kugel ich versuche es zu beschreiben das ist nicht immer so einfach sie haben ja auch gesagt irgendwann werden dir die Worte dafür fehlen es ist nicht so einfach das immer so klar auszusprechen so dass jeder versteht und unser Verstand möchte halt gefüttert werden ja und dann wurde mir auch gesagt auch die Menschen werden es fühlen was du meinst oder was du transportieren möchtest also diese Kugel wird im Inneren immer größer 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 und dann dringt das ist eine Lichtkugel ich sehe das als Lichtkugel und die Erde selbst die sehe ich ja so fester ja also ja dichter und fester das Material und diese Lichtkugel wird immer größer und größer und geht dann ganz locker und leicht über die Erdoberfläche hinaus ja das ist ein langsamer Prozess über ein paar Monate ja wie bei einer Schwangerschaft paar Jahre ja das werden wir dann eh sehen und dann geht dringend das nach außen und wenn jetzt lauter Menschen auf dieser Erde stehen dann werden manche mit angehoben und stehen dann auf dieser Lichtkugel und die anderen bleiben stehen auf dieser noch festen dichteren Kugel und die dehnt sich immer weiter aus diese Lichtkugel und das ist wie so diese Menschen ein bisschen so abheben von dieser dichteren Masse und dieser ja alten Erdkugel sagen wir so die ich ein bisschen fester ein bisschen dünkler sehe also nicht so eine Licht Glaskugel sondern ja so wie wir uns halt die Erde vorstellen sagen wir es jetzt einmal so und diese andere die ist aus ihr so geboren wird das ist so eine Lichtkugel die sehe ich auch durchsichtig die extreme ja die ist reinst in Liebe geboren also Liebesenergie friedvolle Energie und die nimmt aber wie wenn sie Menschen mitnimmt die dann auf ihr stehen und die Menschen können durchschauen hinunter noch auf die anderen Menschen und die alte Erde die wird aber nicht ewig größer sondern das bleibt dann auch so so habe ich das jetzt gesehen es ist so auch aus der Erde heraus eine neue Geburt und du kannst dir dann dein Leben wenn du da mit gehst und wenn du ins tun kommst und eben selbstbestimmtes Leben lebst selbstständiges ein freies unabhängiges deinen Weg gehst deine Wahrheit lebst unabhängig bist und nicht dich manipulieren lässt beeinflussen lässt dich vergleichst ausgetrampelte Wege gehst und nur in die Fußstapfen steigst von anderen oder das gleiche machst wie die Eltern und die Ahnen sondern ganz ganz individuell und persönlich und natürlich auch deine Seelenaufgabe oder Berufung lebst kannst du dir vorstellen wirst du so ein Leben führen also es wurde mir so gezeigt ich habe ja einmal schon ein Beispiel gegeben das war das mit dem Regal du hast in der Wohnung ein Regal mit einem Regalboden unten und einem Regalboden oben und auf jeden Regalboden auf den unteren steht eine Statue und auf den oberen und die obere Statue sieht in deiner Wohnung auf das Fenster und durch das Fenster durch also sieht den oberen Bereich der Wohnung und die untere Statue sieht den unteren Bereich die sieht den Boden und wenn sie weiter vorblickt vielleicht den Heizkörper und die Mauer so welcher Ausblick ist besser welcher ist angenehmer wo würdest du gerne stehen und die obere Statue sieht aber die untere nicht und die untere die obere nicht und beide haben einen ganz anderen Blick auf deine Wohnung beide haben einen ganz anderen Blick wie auch das bei Menschen sein wird auf das Leben die einen blicken in die Weite in die Ferne in die Natur in das Licht und die anderen am Boden gegen die Mauer das ist das eine Beispiel und dann kannst du dir das noch so vorstellen es gibt ja zum Beispiel Naturwesen und die siehst du nicht ja klar es gibt welche die sie sehen aber jetzt die Mehrheit sieht sie nicht ja und du gehst in den Wald und da sind Naturwesen Baumwesen Naturwesen und du siehst sie nicht aber die sind da und du wirst auf dieser Erde sein und wandeln und deinen Weg gehen aber du wirst nicht von denen die in 3D verblieben sind die noch in der Dichte in der niedrigen Schwingung ihre Erfahrung machen gesehen werden weil du wenn du höher schwingst man könnte wirklich so sagen wie unsichtbar wirst eine so hohe Frequenz noch ein Beispiel viele glauben ja daran es gibt Engel und wenn du jetzt die Engel rufst und die sagen wir um dich herumstehen siehst du sie nicht weil die haben so eine hohe Schwingung und Frequenz dass man eben mit dem menschlichen Auge mit dem rein menschlichen Auge ich spreche jetzt nicht von hellsichtigen Menschen die nicht sehen kann und so kannst du dir das vorstellen bist du wie so ein Engel oder ein Naturwesen lebst dein Leben hier und man dockt nicht mehr an mit den anderen also die anderen sehen dich dann nicht die erfahren sich weiter in der Dichte in der niedrig schwingenden Energie eben in noch diesen Erfahrungen des Wut Ärger Zorns und was es alles gibt wo auch wir uns erfahren wollten und da haben wir Ja dazu gesagt und wir haben auch alle Ja dazu gesagt dass wir genau in dieser Zeit hier inkarnieren sonst wären wir ja nicht da denen denen das alles zu viel wird wo schon viel viele Blockaden bestehen wo Körper Geist ziemlich oder Psyche in Mitleidenschaft schon gezogen sind und die sehr stark fremdgesteuert und manipuliert sind also die ganz ganz dicht sind wo die Aura schon ja ziemlich dunkel ist und so die gehen ganz ja also das ist so ja die können das jetzt nicht die machen das später das ist für so ein Energiesystem viel zu viel weil wenn du denkst dass du die du vielleicht auch was tust und an dir arbeitest deinen Weg gehst du schon so viel spürst dann hat es mal dort einen Schmerz dort ein Wehwehchen dann ist mal diese Herausforderung das jetzt stell dir vor wenn du wirklich schlecht beieinander bist krank vielleicht auch ja oder psychisch körperlich ein massiv niedrig schwingendes Leben führst eigentlich gar nicht wirklich lebst sondern nur funktionierst das hältst du einfach nicht aus ja so geht das und das sicher noch einige Jahre das ist nicht bald vorbei und wie gesagt auch es kommt kein Retter und Erlöser die Energien oder die Geistwesen die unterstützen uns die bringen uns Botschaften du erhältst von der Seele Impulse aber es gilt auch dem dann zu folgen deinen Impulsen und das auch durchzuführen Wissen tun wir viel die meisten sind angereichert durch Videos durch Bücher und alles mit Wissen und hören und hören mal das gleiche wie den Satz von mir selbstbestimmtes Leben wirst du x mal schon gehört haben nur die wenigsten tun es und leben es und um das geht es jetzt ganz verstärkt das 223er Jahr ist ein Wende Jahr wendest du dich mit in diese Richtung oder in diese wendest du dich in die Richtung der Liebe oder in Richtung der Angst Kliententermine sind ganz ganz intensiv ganz ganz massiv viel wie soll ich sagen stärkere oder massivere oder ärgere Themen noch als in C-Zeit also jetzt und warum ist das so weil eben so wie ich gesagt habe die Energie jetzt beschleunigt die drückt ja die wird massiver die wird stärker das Licht wird immer stärker immer mehr immer mehr das dunkle wird immer sichtbarer aber jetzt nicht nur im außen ja sondern auch in uns in unserem energiesystem und so wie ich sage fokussiere dich nicht auf außen viele sitzen und sagen immer wann erwachten jetzt die Menschen erwache selbst und wenn du schon erwacht bist dann freu dich darüber sei dankbar und geh deinen weg die anderen werden es dann machen wenn es für die richtig und gut ist ja und im außen muss es immer verrückter werden und unglaublicher wir viele sagen das ist ja jetzt schon verrückt und das ist ja unglaublich und das ist ja ein Wahnsinn und ein Witz warum muss es das es würde sonst den meisten Menschen nicht auffallen dass das alles erstunken erlogen und manipuliert ist darum muss es im außen noch dämlicher werden um auch vielleicht noch ein paar mehr aufzuwecken und ich habe Bekannte die haben es bis jetzt noch nicht geschafft ich gebe nur ein Beispiel eine Bekannte wo wir gemeint wo ich gefragt habe gehen wir auf dieses Fest und sie sagt nein das geht doch nicht und ich sage warum na wegen dem Virus dann werde ich vielleicht krank und ich sage welcher Virus naja das Corona also die baden noch immer in dieser Suppe und gehen sich noch testen und was dabei ist das draußen die Energie gibt es nicht mehr ja wir haben schon ganz andere Themen und jetzt kommt noch was dazu was bei den Kliententerminen jetzt nämlich zusätzlich hoch kommt das waren ja zweieinhalb oder zwei dreiviertel jahre Massenhypnose ja habe ich immer gesagt das ist absolute Massenhypnose so jetzt sind manche ich habe auch so bekannte wirklich zwei zweieinhalb jahre acht stunden am tag in der arbeitszeit mit der maske gelaufen ja dann geimpft dann noch brav sich an alles gehalten angst vor strafe das das heißt die angst ist verstärkt worden angst dass man sie erwischt wenn sie sie nicht unter die nase schieben also wahnsinn was da abgegangen ist ja und jetzt stell dir vor das geht ganz schnell bei menschen ja die sind ja gewohnheitstiere sagt man gewohnheitsmenschen also wir gewöhnen uns sehr schnell an etwas und diese massenhypnose ja weil es ist ja alles immer groß in den medien gewesen das heißt sie sind ja bescheilt worden die meisten ja und in der werbung hast du es gesehen und was weiß ich und ewig angestanden bei tests und impfungen hin und her das hat sich eingeprägt das schwingt in den zellen das ist nicht weg nur weil im außen das jetzt schon fast nicht mehr ist oder nur mehr ganz wenig ist der mensch nicht aus der energie draußen da ist ein energiefeld aufgebaut und da baden noch viele drin die kommen da nicht raus ja das heißt ich arbeite zurzeit auch diese themen auf ja das auch wenn im außen etwas so das ist jetzt erledigt jetzt ist das andere thema schwingt es im energiefeld ja und wenn du die maske im außen auch abgelegt hast ist das eingeprägt das sind negative realitätsströme gebildet worden und der fluss der energie der ist noch vorhanden wie bei einem fatomschmerz und diese menschen haben nicht mal noch mitbekommen dass jetzt ans tageslicht schon gekommen ist und ich glaube das geht schon länger ja dass gewisse dinge die da verabreicht worden sind ja schädlich sind keine sorge aber das ist jetzt dazugekommen ja gut und jetzt kommen wir auf den klebe effekt was ist denn das auch durch kliententermine habe ich bekommen bei einigen richtige verklebungen und plötzlich war das da weil ich deute ja immer das was im außen ist deute ich was das bedeutet was das heißt damit der einzelne mensch ja damit was anzufangen weiß und weiß was in ihm angetriggert wird durch äußere ereignisse und jetzt haben wir ja die kleber werdet ihr ja alle glaube ich gehört haben die sich auf straßen festkleben und so und jetzt bekam ich richtig verklebte felder immer wenn im außen so etwas ist dann dürfen und können wir das auch endlich in uns auflösen ja man kann nicht bei einem menschen alles sofort auflösen wir würden überschnappen das muss auch schritt für schritt geschehen und jetzt ist diese ganz alten themen sind richtig verklebt da kleben die menschen in diesen themen ja die sind so verklebt dass es da nicht nur das ist nicht nur so wie bei karmischen verstrickungen dass man die so einfach da ablöst oder Nabelschnüre energetische Nabelschnüre entfernt nein das sind so richtige klebe effekte die weit weit zurückreichen und die ganz ganz alt sind ja und ich sage das geht nur mit begleitung ja weil das das ich könnte mir nicht vorstellen also dass man da raus weil ich habe wir bekamen dann total totale diese diese klebedingungen die haben sich so überall hingezogen ja in den beruf rein in die partnerschaft in die freundschaften in die familien die ahnen ja im körper überall war das zu finden wie wenn ich einen uhu nehme oder ein buttocks kleber ja und schütte das über dich drüber und dann braucht es da ein lösungsmittel das ich dir wieder drüber schütte damit dieser klebstoff abgenommen werden kann ja und weil du aber verklebt bist wenn ich das drüber schütte kannst du den lösungsmittel nicht mehr in die hand nehmen du bist komplett verklebt jetzt braucht es jemand der dieses lösungsmittel über dich drüber schüttet so habe ich das bekommen und so arbeite ich in den letzten Wochen auch ja also faszinieren mich fasziniert das ja das fasziniert mich das begeistert mich richtig und ich wühle da drinnen gern herum sage ich immer und entklebe das ja ich habe ja immer dieses Wort gehabt entbinden jetzt tun wir nicht nur entbinden sondern auch entkleben so und dann war ganz was faszinierendes ich setze mich dann hin und mache dieses Bild und da schreibe ich auch einfach ja ich setze mich hin und schreibe und dann sehe ich habe ich geschrieben klebeeffekt denke ich mir jetzt google ich das gibt es das Wort überhaupt und das schaut so arg aus mit den vielen e und f's da ja denke ich das gibt es vielleicht gar nicht muss das vorher google geht geh hinein und gib dieses Wort ein ich wusste das wirklich nicht und da steht doch glatt dieser text und der passt voll zu dem was jetzt passiert was los ist was diese nächsten jahre für uns bereithalten um was es hier geht ich lese dir das vor der klebeeffekt auch status quo effekt genannt ist ein phänomen aus der psychologie und besagt dass mitarbeiter die lange auf ein und derselben position arbeiten mit der zeit eine immer geringere chance auf beförderung haben klebeeffekt ist wer zu lange bleibt wird nicht befördert wer zu lange niedrig schwingt oder wer kleben bleibt in der niedrigen schwingung auf der alten dichten erde wird nicht aufsteigen ja wer nicht ins tun kommt sagen wir du klebst fest noch in alten mustern in 3d oder wo auch immer halt also niedrig schwingen und man verweilt hier man bleibt hier ja das ist wie wenn dieser kleber sich immer mehr zusammenziehen würde und noch mehr verkleben und noch mehr und dann kleben nämlich noch andere dran also wie wenn sich andere ankleben da gibt es solche streifen die man aufhängt und dann so fliegen klebe oder wie die heißen dann kleben fliegen auf diesen bändern da so habe ich das dann gesehen ja also hat ein mensch ist verklebt eben abhängig ja total abhängig in der opferhaltung im mangelsystem und so weiter geht nicht seinen wege er ist nur am funktionieren er lebt gar nicht er verschwendet lebenszeit und so weiter und daran kleben sich wieder andere und das wird immer ärger und verklebt sich immer mehr und ja man könnte sagen ich wiederhole es nochmal der Klebe Effekt ist ein Phänomen aus der Psychologie und besagt dass Mitarbeiter die lange auf ein und derselben Position arbeiten das heißt wer sehr lange Blockaden verklebtes ja Ängste Eifersucht Neid und so weiter ja was lange quasi trägt lange in dieser Position bleibt weil die Energie die wird ja immer niedriger und niedriger der Mensch wird immer kranker und kranker immer nerviger immer wütender ja mit der Zeit immer geringer die Chance auf Beförderung also mit der Zeit wird das so stark und so verklebt und niedrig schwingend dass der gar nicht mehr hochkommen kann weil jetzt fließt stetig hohe Energie ja die triggert das immer ja und der ist aber in so einer niedrigen schwingenden Energie dass sich die noch verstärkt und noch verstärkt und der noch mehr verklebt und noch mehr verstrickt bis er am Boden ist der kann dann nicht in die hohe Schwingung der wird nicht befördert geht nicht wir können nicht ja so wie ich immer sagen du putzt deine Wohnung und ich würde mit dreckigen Schuhen hineingehen wir sollen sagen ziehst du bitte die Schuhe aus du kannst die nicht mit in die Wohnung nehmen also wir können diese alten Muster dieses abhängig sein dieses unselbstständige dieses ja un unselbstständige Leben dieses fremde Wege gehen nicht den eigenen eine Arbeit einfach nur zu tun wegen Geld auf die Pension nur zu warten zu jammern und so das können man nicht mitnehmen das hat ja dort keinen Platz um diese neue Erde also diese neue Kugel die ist ja komplett hoch schwingend komplett in der Liebe schwingend im Frieden da darf kein Krieg entstehen das geht nicht ja und da können wir den Ärger und Wut nicht gebrauchen und die Menschen die da mit gehen die würden ja dann ständig trotzdem geärgert werden oder beschimpft werden ja oder ausgerichtet werden und als Verschwörungstheoretiker hingestellt und was auch das würde ja nie aufhören das würde ewig so weiter gehen und das hält keiner aus weil dann schnappen wir alle über ja ja wer zu lange bleibt wird nicht befördert das ist der Klebe-Effekt kannst du gerne googlen ich wusste es nicht ja aber ich wurde heute eines Besseren belehrt es kam einfach dieses Wort bei mir und wie ich es geschrieben habe habe ich dann gegoogelt passt voll ich war wieder mal begeistert so und jetzt gehen wir kurz noch gemeinsam in das fühlen hinein und dann verabschiede ich mich von dir ja komme mal zur Ruhe und atme mal tief ein und tief aus wenn du möchtest schließe auch deine Augen schauen wir mal was uns gegeben wird zu fühlen du bekommst von mir mal ein Bild du stehst auf einem dunklen Boden mit dunklen Wänden aber es ist nur hinter dir eine Wand links und rechts vor dir ist keine Wand da geht's vom dunklen Boden auf eine weiche Wiese du siehst den Himmel die Sonne Bäume würdest du lieber in der dem dunklen Boden stehen bleiben und einfach weiter nur auf die Wiese blicken kommt kommt da ein Ja oder Nein in den ersten drei Sekunden ist das da dann schau mal ob du in deinem Bild wenn du es hast auf die Wiese ganz locker und leicht gehen kannst natürlich kann es auch vorkommen dass du dir gar keinen dunklen Boden und Wände mehr vorstellen kannst sondern nur mehr eine Wiese den Himmel und die Sonne alles ist möglich oder es kann auch sein dass du dir gar keine Wiese vorstellen kannst sondern nur diesen Raum das sagt dann über deine derzeitige jetzt genau im jetzt über deine Energie etwas aus und wenn du auf die Wiese weiter gehen kannst und du gehst und gehst und gehst schau ob hinten sich der dunkle Boden und die dunklen Wände einfach auflösen oder ob sie bleiben wenn sie sich einfach auflösen wunderbar wenn nicht gibt es da auch noch etwas zurück zu blicken an zu schauen das kannst du immer wieder machen wenn du ein Problem hast stellst du dir das vor und schaust kannst du da hinausgehen auf die Wiese löst sich hinter dir das dunkle das Problem einfach auf oder schaffst du es nicht dass du auf die Wiese gehst teste das einfach für dich wie du das möchtest lass deine Fantasie freien lauf und alles was ja auf der neuen Erde dann ist oder sagen wir in der neuen Schwingung in der wir dann leben oder teilweise schon leben es ist ja auch bei jedem unterschiedlich manche noch gar nicht manche schon sehr viel andere sind gerade in der Mitte die sind gerade im Geburtsprozess die quetschen sich gerade durch die Enge des Geburtskanals die anderen stehen vor dem Kanal und trauen sich nicht weiter die anderen sind schon durch das ist ja komplett unterschiedlich weil jeder individuell und einzigartig ist und bei jedem ist das ganz ein individueller Weg auch kann man mit keinem anderen vergleichen wird ja dann in einer höheren Schwingung ja lässt sich ja der Mensch gar nicht der der nimmt ein Problem wahr das nimmt er einfach wahr aha ja das ist einfach ein aha Effekt oder ein ah spannend faszinierend da ist etwas nimmt das ganz locker und leicht und fokussiert sich sofort auf die Lösung also der blickt stetig auf die Wiese auch wenn er kurz in einem dunklen Raum ist oder ein dunkler Boden ist jemand andere bleibt im Problem fokussiert sich aufs Problem wartet im Problem und da kann es natürlich nie zu einer Lösung kommen es wird auch ein ganz neuer Umgang werden mit Probleme lösen es geht viel einfacher auch schon als früher die der oder die wird dann auch Seelen Kommunikation machen und nicht mehr so viel diese menschlich irdische Kommunikation vor allem nicht mit Menschen wo die sehr noch im Verstand und Ego sind da ist es besser mit der Seele zu kommunizieren und man wird all das was man braucht erhalten aus den Urquellen aus den Urenergien und nicht mehr im Außen das ist dann die Freiheit auch das heißt auch in der Führung zu sein du wirst geführt dann werden und eben vollkommen im Wahrnehmen im Empfangen Du empfängst aus der höheren Frequenz und erschaffst aus dir heraus dein Leben deinen neuen Beruf was auch immer wahrnehmen empfangen erschaffen gebären ins tun kommen das ist dann ein stetiger Kreislauf ein stetiger Fluss von Energie versorgt von der Erde von männlich und weiblich von Mutter und Vater den wahren Eltern und nicht mehr im Außen abhängig sollten die so einen Menschen in Strom abdrehen weiß der sofort was er dann zu tun hat also er wird dann auf andere Art und Weise die Dinge erhalten was auch immer es dann ist im Außen Ja das war so ein kurzer Ausflug was so der Unterschied auch ist jeder wird dann auch sein eigenes geistiges Team haben mit dem er vorangeht mehr auch mit diesem Team zusammen arbeiten Ja und jetzt fühl mal er spüre oder achte auf den Impuls der da kommt führst du schon ein selbst bestimmtes Leben führst du schon ein unabhängiges Leben bist du unabhängig von anderen Menschen von außen vom Staat und so weiter einfach nur wahrnehmen ja oder nein und alles was du meinst oh Gott nein oh Gott nein ich bin denn noch nicht so weit du hast die Chance das zu ändern diese Chance diese Möglichkeit hat jeder wird jeden gegeben aber es geschieht halt nicht einfach so es geht zuerst ums erkennen von Unterbewusstsein ins Bewusstsein zu holen es dir bewusst zu machen und und dann in die Transformation in die Wandlung in die Wende Wende ja zu bringen ich wiederhole es noch einmal dafür sind wir alle da ja jeder einzelne hier auf der Erde ob reich ob arm ob groß ob klein ob schön ob was weiß ich jeder einzelne es geht um die Seele deine Entwicklung dich vollkommen hier auf der Erde wahrhaftig authentisch selbstbestimmt mutig kraftvoll im Vertrauen zu leben wahrlich zu leben nicht nur zu überleben und zu funktionieren bist du am leben vollkommen am leben ja oder nein mehr braucht das jetzt nicht ist nur eine Erkenntnis ein bewusst werden ein bewusst machen erfüllt dich dein Beruf Erfüllt dich deine Partnerschaft oder dein Single Leben Bist du frei in deiner Partnerschaft bist du in Frieden mit dir selbst oder im Kampf und Krieg mit dir bist du in Frieden mit deinen Kindern Partner Familie Freunden Arbeitskollegen Schee Lebst du an deinem Seelen Ort fühlst du dich da wo du jetzt lebst wohnst in der Wohnung in dem Haus in dem Ort absolut wohl Bist du ausreichend versorgt ist die Energie des Geldes im Fluss geben und nehmen ausgeglichen Kannst du liebevoll Grenzen ziehen und ein Nein auch sagen und ein Ja zu dir Stehst du mit beiden Beinen am Boden und in deinem Leben Fühlst du dich mit dir selbst in deinem Körper und Energie fällt wohl Bist du abgenabelt von allen Menschen und frei von Mama und Papa Hast du all dein Wissen zur Weisheit gemacht und ins Tun gekommen und auch durchgeführt Fühlst du dich wohl hier bist du gerne im Leben hier auf der Erde genau jetzt Ja und so könnte ich noch mehr Fragen stellen aber wie gesagt fühle bist du selbstständig selbstbestimmt mit beiden Beinen am Boden in deinem Leben ganz bei dir im Ich Bist du erfüllt hast du Freude Liebst du deinen Beruf fließt das Geld Bist du in Frieden mit dem Leben mit dir mit anderen Menschen Es nur jetzt mal zur Wiederholung lebst du da wo du lebst fühlst du dich da wohl hast du es dir gemütlich gemacht in deinen vier Wänden das ist alles so wichtig und wenn du da Hilfe brauchst gerne ich begleite dich freue mich wenn du am Online-Kurs teilnimmst beim Webinar Ausbildungen vielleicht auch machst das wird ein großartiges 2023 alles Liebe deine Sissi Göttling das ist das ist Vielen Dank.